Nach 300 Metern wenden Sie. Wenden Sie. Biegen Sie links ab, W14, Albaner Hafen-Zufahrtsstraße, dann, biegen Sie links ab. Nach 300 Metern, biegen Sie links ab, Landwehrstraße. Biegen Sie links ab. Biegen Sie. Biegen Sie. Biegen Sie. Biegen Sie. Biegen Sie. Biegen Sie. Nach 300 Metern, biegen Sie links nach links. Biegen Sie links ab, B228, 11. Heidequerstraße. Biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab, B228, 11. Heidequerstraße. Biegen Sie links ab, dann drehen Sie wenn möglich um. Nach 300 Metern biegen Sie rechts ab, Seitenhafenstraße, dann drehen Sie wenn möglich um. Biegen Sie rechts ab, dann drehen Sie wenn möglich um.